Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch. Ostern ist vorbei, wir haben den 6. April. Wir sind alle gespannt, wie die Woche weitergehen mag, aber heute schauen wir natürlich einmal wie immer in das Tagesorakel hinein. Und die erste gute Nachricht gibt es, wenn ihr gerne Specialorakel sehen möchtet, dann schreibt doch in den Kommentaren drunter, wie ihr das Tagesorakel fandet und natürlich auch, was ihr gerne sehen würdet. Das würde mich persönlich mal interessieren. Ja, zwar ist die Osteraktion abgelaufen, aber der Heil- und Energieschmuck ist immer noch gerne käuflich, erwerblich, wenn ihr das haben wollt. Das ist alles handgemacht von uns und natürlich auf dich, wenn du es bestellst, persönlich energetisiert oder auf eine Person deiner Wahl. Jetzt schauen wir mal hinein. Achso, ihr findet übrigens in der Videobeschreibung alle Links, ja. Wir schauen jetzt hinein. Der Tag beginnt mit Folge deinen Visionen und behalte stets im Blick, was wirklich wichtig ist. Und was wirklich wichtig ist, das ist eher so, dass du Dinge vollendest. Dass du wirklich jetzt mal einen Abschluss suchst, vor allem in Themen, die die Öffentlichkeit auch betrifft, ja. Das heißt, dein Außen probiert immer stets mitzumischen. Und das sollte es nicht tun, denn nur du kennst deinen wahren Erfolg. Und das wird dir heute sehr, sehr nahe gelegt. Wir haben auch hier als schöne Botschaftskarte, heute ändere ich eines meiner alltäglichen Rituale. Wenn ich regelmäßig aus einer bestimmten Tasse trinke, wähle ich heute eine andere. Wenn ich täglich denselben Weg zur Arbeit fahre, erkundige ich heute eine Alternative. Nur für heute durchbreche ich alltägliche Routine in einem Detail. Und das ist sehr, sehr wichtig, ja. Denn man lernt einen neuen Blickwinkel kennen. Und der neue Blickwinkel zeigt dir auch auf, dass diverse Dinge einfach abgeschlossen werden sollten, damit die Unklarheit vergehen kann. Wir haben nämlich hier bei dir einen schönen Erfolgsweg heute liegen, den du selbst aber jetzt erst kennenlernst, weil dir die ganze Zeit der Nebel so gesehen vor den Augen war. Weil dein Außen eben so agiert hat, vielleicht auch gar nicht willentlich, aber dein Außen hat eben so agiert, dass dein eigenes Bild kaum immer zu sehen war. Du selbst gar nicht mehr gewusst hast, wie siehst du jetzt die Thematik eigentlich? Ist es wirklich so krass, wie alle sagen oder übertreiben die? Heute kriegst du einen schönen, schönen klaren Blick dafür. Und das sollst du dann auch genießen, ja. Also wichtig, heute einmal Perspektivenwechsel zu betreiben und auch den Blickwinkel neu zu erfahren. Beschütze, was du liebst. Dies ist deine Verantwortung und deine Pflicht, heißt es hier auch noch. Da haben wir auch dich und den Erfolg, vor allem dich und deine Vergangenheit. Hier liegen noch Thematiken, die noch nicht verarbeitet sind, die, wo die auch sehr die Stärke immer mal wieder genommen haben in bestimmten Emotionsimpulsen, ja. Kann gut sein, dass hier das Thema Ablehnung ein ganz, ganz großes Thema zu sein scheint, denn das Außen soll immer gut von dir denken. Also du bist doch jemand, der sehr im Außen lebt, ja. Aber das ist total okay. Das Außen ist derzeit vielleicht auch die einzige Aufmerksamkeit, die man bekommt, gerade jetzt in unserer wundervollen, wundervollen Zeit, wo eh so minimalistisch wie möglich gelebt wird. Das war übrigens Sarkasmus. Ja, wir haben hier auf jeden Fall die Thematik, dass du hier für dich einstehen musst und die Thematik auch aufarbeiten musst, dass das, was du liebst, nämlich deine Stärke und auch hier den Hang zur Natur, dass du den wieder für dich bekommst, ja. Da heißt es nämlich heute auch, heute ist Sinnlichkeitstag, heute rieche, fühle, schmecke und höre ich ganz bewusst. Wenn ich meine Tasse Kaffee in die Hand nehme, fühle ich das Gewicht der Tasse, rieche den Duft, der mir in die Nase steigt, spüre ich den Becher an den Lippen, schmecke ich das köstliche Aroma. Ja, ich genieße mit allen Sinnen. Wer jetzt keine Lust auf Kaffee bekommen hat, weiß ich auch nicht. Aber da geht es wirklich darum. Heute wirklich mal ganz klar hier Unklarheiten vergehen lassen, ganz klar aufräumen, ganz klar die ganzen Empfindungen, jede Frequenz einmal annehmen. Dir wird nämlich heute eine Botschaft überbracht, die sehr, sehr wichtig dafür ist, dass du auch erkennst, welche Fülle du eigentlich leben könntest. Und das kommt entweder auf dem Postweg oder eben auf dem elektronischen Postweg heutzutage, auch vom Außen. Also hier kann sehr, sehr viel Positives geschehen. Alles, was verdeckt war, wird sich jetzt öffnen. Wir hatten hier die letzten vier, fünf Tage sehr, sehr viel Ablösung. Es ist auch noch Portal-Tag-Korridor angesagt. Auch hier könnt ihr gerne in Livestream kommen und euch einen täglichen Impuls abholen. Aber heute kommt die Vollendung, dass du wieder für dich in die Stärke kommst. Denn dein tiefstes Begehren bindet dich. Lass es los und kläre dadurch deinen Geist. Und das ist hier die Vergangenheitsthematik, die ich gemeint hatte. Es ist aber schon so, dass du jetzt für dich einstehst. Wir sehen, dass du dich vom Außen ein bisschen abgrenzt und viel mehr für dich tust, was natürlich auch dein Weg jetzt prophezeit hat. Kein guter Tag, um Liebesangelegenheiten zu klären. Wenn du jetzt in eine frische Partnerschaft gehst oder eine Wunschpartnerschaft, nicht das loslassen. Dein tiefstes Begehren ist eher so alles Vergangenheitslastige, wo du einfach noch nicht losgelassen hast, obwohl du schon längst weißt, du solltest loslassen. Ja, da kann ich auch gut den Lauf des Lebens noch empfehlen. Der hilft da sehr, sehr gut dabei. Auch beim Loslassen allgemein. Wer da gerne ins Kollektivcoaching demnächst kommen möchte, das startet am 1. Mai für 179 Euro. Da geht es dann auch rund. Kollektivcoaching heißt immer, wir sind einen Monat gemeinsam in einer Gruppe unterwegs und haben dort zwei Termine die Woche. Das wird sehr schön. Jetzt geht es noch um die Thematik, wo stecke ich meine Finanzen rein? Also es geht heute auch um sehr, sehr zukunftsweisende Finanzthemen. Da kannst du auch gucken, was ist jetzt dein tiefstes Begehren? Wo bist du gerne bereit zu investieren? Wo möchtest du für dich Sicherheit anlegen? Es geht nämlich für dich eigentlich in die positive Fülle. So gesehen, kläre deine Vergangenheit ab, kläre auch deine Schreibstücke, also alles, was schriftlich zu tun ist heute, ganz, ganz gut, weil wir hier dann dadurch die positive Resonanz erlangen. Also zum Beispiel gestern wäre gar kein guter Tag gewesen für bürokratischen Kram. Heute ist er einfach perfekt. Wenn dein Erfolg kommt und die Wolken werden verziehen, kann auch sein, dass heute noch eine Streitthematik im Außen passiert. Ja, aber das könnte auch das große Außen sein. Daher mit der politischen Lage ist es halt auch immer so ein bisschen zwiespältig, was sie da anzahlen wollen. Aber für mich wirst du heute so den Effekt haben, dass du für dich auf jeden Fall die neue Fülle annehmen kannst. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Dienstag und wir sehen uns bestimmt im Stream um 20.15 Uhr. Bis dahin, alles Gute.